Ich habe ein paar Beweise gesammelt, dass der Name eigentlich meiner ist, also dass ich den Namen erfunden habe. Ihr seht, das Spiel wurde viel später veröffentlicht, als mein YouTube-Kanal erstellt wurde. Also ich habe diese E-Mail erstellt für mein Apple-Konto und so. Und habe dann auch ganz schnell mit YouTube angefangen. Ich habe auch viele Videos natürlich auch gelöscht. Ja, es sind auf jeden Fall bei Beweise. Beweise, tragt meinen Creator-Code ein, liked, abonniert. Bye! Das schaust du immer noch zu. Komm, abonniert und like. Nicht vergessen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.